Das ist echt schon manchmal erschreckend. Müsste ich jetzt nicht was lernen? Was? Was? Tod. Oh, da ist was. Truhe blündern. Oh, blündern? Aber ich kann sie nicht blündern. Boah, fies. Da ist eine Truhe. Und was ist das hier? Irgendwelche großen... Formationen. Das kann ich nicht an... Doch, schade 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 schade. Schade 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 schade. Ja, ich tauch ja schon auf. Es? Jetzt. Mist! Also die Truhe hätte ich gerne geplündert, wenn ich sie wiedergefunden hätte. Das hier, oder? Wow! Wow! Was ist das denn cooles? Ein Grapejuice. Löffet ab in zwei Stunden. Goldstaub, Glas, Stahlbaren, verstärktes, 33 verstärktes Leder. Das heißt, können wir die bessere Rüstung machen? Was ist das für eine coole Kiste? Ich muss öfter hier langschwimmen. Oder war das gerade was ganz besonderes, dass der Geist da auftauchte? Ich gucke jetzt nur noch ins Wasser. Wow! Und einfach so for free. Hallo Schlank-Eiche, darf ich hier einen Tipp geben? Na dann hau mal raus mit dem Tipp. So, da lang. Dün, dün, dün! Voll das Urlaubsfeeling! Da sind Krokofanten. Es sind viele. Ich dachte, wenn so ein Geist kommt, würde ich wieder irgendwas lernen wie vorhin. Da habe ich ja irgendwie diesen Geisterkriegstanz oder so gelernt. Die Babys kannst du mit dir nehmen und zähmen? Kannst du als Begleiter nehmen? Ja, genau. Aber ich habe noch kein Seil gemacht oder sowas. Und wenn, dann hätte ich, glaube ich, gerne Hyänenbabys. Das will ich später auf jeden Fall noch machen. Ich bin fast da. Ist das hell? Alter Fiddle! Blu-Effekt hochziehen! Ich würde dir ein Katana empfehlen. Das schlägt schneller. Ich würde gerne mit einem Zweihänder oder einer großen Axt kämpfen. Es wäre blöd, wenn, ähm, die Animationskürze ausschlaggebend für den Schaden ist. Das fände ich irgendwie doof. Ich würde ganz gerne mit einem riesengroßen fetten Schwert oder einer fetten Axt durch die Gegend laufen und damit Damage machen. Das war nämlich in anderen Spielen auch so, dass du lieber Einhandwaffen genommen hast, zwei Stück, weil du dadurch mehr Schaden gemacht hast. Und weil du nämlich keine große Verzögerung durch die Emotes hattest, also dieses Schlagen. Und dadurch hast du mehr Schaden. War das so, ähm, das wäre doof. Ich wäre die Kloppen gerade den links breit. Alles nehmen. Jetzt ist die Waffe auf unserer Slot 1. Vier. Überlagung mit anderem Objekt. Danke. Habt ihr den kaputt gekriegt? Nein, ihr kämpft doch. Aber das ist ein Babyskorpion im Gegensatz zu euch. Macht aber ganz schön lange darauf Schaden. Ich helfe euch mal. Hat er sich eingebullet? Hat er. Oh, ich hab grad mein Messer rausgezogen. Ich hab grad mein Messer rausgezogen. Schettin? Hm, stimmt. Skorpion und Panzer sind doch Schettin. Skorpion und Panzer sind doch Schettin. Okay. So, ich will immer noch gucken, ob der da... Ich hab den grad nicht mehr liegen sehen. Ich hoffe, er ist noch da. Aber ich glaub, die Katze sieht mich vorher. Oh! Die ist ja ganz schön bitter! Wiederkehr, da ist es. Ah, alles klar. Oh, ich mache immer ein bisschen Schaden. Krass. Man sieht halt auch keine Stufe. Ich kann einfach nur am Schaden einschätzen, dass das Vieh mir zu dolle ist. Hoch. Ups. Mal ganz kurz durch die Textung gesehen. Upsi. Na gut. Weise Entscheidung. Weise Entscheidung, um die Bedrohler hinzulegen. Kann noch weg. Das werde ich auch nicht benutzen. Weiß nicht, ob ich mir das noch anbrate. Teile eines Exoskeletts. Da ist eine schwache Aloe. Die kann da rein. Noch was, was ich wegwerfen kann. Nö, erstmal nicht. Hallo Pato. Servus. Bei sowas einfach ins Wasser flüchten. Da ist man safe. Ich will ja kämpfen. Ich will kämpfen. Ich wollte austesten, ob ich das schaffe oder nicht. Das war gewollt. Ich wusste, dass ich sterbe. Deswegen liegt die Bedrohle auch gleich da. Da drüben. Alles gut. Das war nur ein Test. So, ich gucke einfach noch ein bisschen rum. Aber ich habe eh nicht mehr so viel Zeit. Ich habe ja kein Reittier. Ich muss ja laufen. Weißt du das mit der Skillung Lastentier? Ja. Aber, habe ich jetzt einen Punkt? Ich habe einen Punkt. Das war Beweglichkeit. Feile hinein. Denkfüße, kompetent. Z.T.R. Arbeit, effizient. Überlebenskünstler, Werkzeug. Boah, ich habe gerade mega Hunger. Oh, habe ich das gesehen? Was war hier? Kann ja nur hier sein. Ich kann nur hier skillen. Guck gerade. Achso. Das ist der Server ab und zu schreibt. Das ist ein bisschen verwirrend. Maximalgesundheit wird erhöht. Letztes Gefecht. Masochistische Ader. Nein. Provozieren. Gut ausgebildet. Gesunde Ernährung. Ausdauer regeneriert sich. Muskulös. Du kannst blockbare Angriffe. Ausdauer kosten. Lastentier da unten. Aber da müsste ich halt Kompetenz skillen. Ich gehe momentan auf Ausdauer und einfach nur Damage. Da bin ich nicht ein Einheitspunkt reingesetzt. Weil ich gerade nicht auf Abbauen gehe, sondern einfach rumlaufen und töten. Und ja, auf Crafting habe ich noch nicht so viel Wert gelegt. Und auf Bauen sowieso nicht. Die Base, die gebaut wurde, hat der Red Cully gebaut aus der Community. Auf dessen Server ich da hier spielen darf. Das sieht so trübe aus. Ultra hell. Ich habe gleich einen Sandsturm oder sowas. Sehr doof. So, da ist so ein figes Gebiet. Ich glaube, so weit sollte ich auch gar nicht laufen. Ist vielleicht noch ungesund für mich. Dann schaue ich mal, dass ich wieder zurückkomme. Ich kann kaum durchs Wasser gucken, weil das so krass blendet. Oh, was ist das denn? Ein Pferdchen! Oh. Ich habe sie einfach eingesteckt. Ich habe sie jetzt einfach... Geil. Es ist süß. Ja, ist es. Es ist voll süß. Wie geil ist das denn? Weil Attribute süß. Ein junges Pferd. Läuft ab. Gewicht 50. Uff. Ähm, ja. Da komme ich hier mit den Pflanzen, aber nicht klar. Ich habe zwei Fackeln. Ich habe Reptilien heute. Die kriegen wir wieder zusammen. Uff. Mein Bogen schieße ich eh nicht. Ich werde... Hallo? Hallo, Morgay... Morgayne? Morgayne? Morgayne, hi, grüß dich. Kann ich die hier benutzen? Ansonsten wegschmeißen? Huch. Was wiegt denn das? Fünf. Ich habe... Ich bin so krass überladen. Ich würde das vorhin gerne mitnehmen. Es ist so süß und flauschig. Aber ich habe nichts, was richtig schwer ist. Das wiegt nur zwei. Zwei. Ja. Mist. Heißt das, ich muss irgendwann wieder her und das Fohlen nochmal holen? Und es wieder freilassen? Oder wir gehen nur noch? Das wäre doof. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt eine Stunde schaffe, wieder zum Haus zurückzukommen. So schnell. Bin ich im Wasser genauso lahmarschig? Kann ich mich ja treiben lassen. Fett schwimmt doch oben. Tag allerseits. Hallo, Schlange. Grüß dich. Pato, dankeschön für dein Follow. Mercy. Ach du, hi. Was ist das denn für eine Animation? Ich gehe ja unter. Okay, schön. Das ist vielleicht eine blöde Idee. Jetzt habe ich einmal was richtig cooles gefunden. Oh man, die sind relativ schwer. Knochenpfeil. Was war denn das? Weil das Eisen sind. Okay, dann schmeiße ich die weg. Oh, fast. Ich habe es fast. Äh. Jetzt. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich will ja nur schnell nach Hause. Ich will das Fohlen. Ich weiß gar nicht, wie ich das... irgendwo deponiere. Müsste ich da nicht so was wie einen Tierhalter bauen? Was hat es denn sich da gerade oben hingelegt? Da ist noch so ein süßes Fohlen. Ich müsste eigentlich eins mitnehmen für Red Cully. Was ist denn das da oben? Boss? Oh, ich laufe in die völlig falsche Richtung. Da lang. Ich habe Durst. Okay. Achso, warte mal. Ich mache mal hier die Flasche wieder voll. Ach. Ist hier richtig? Ja. Ich sage doch, ich will nach Hause und laufe eigentlich in die völlig falsche Richtung. Ich bin ja ansonsten wo am Arsch der Welt, aber ich will eigentlich nicht irgendwo, im Nirgendwo ausloggen. Moment. Es ist schon interessant, oben da ist so ein Leuchtfeuer zu sehen und man sieht Steinbauten zwar nicht so gut, aber man sieht irgendwie, dass da eine Festung ist oder ein Wachturm. Was? Okay. Ich dachte, ich hätte Kogofanten gehört. Reisen. 71. Ein bisschen nehme ich noch mit. Ich habe ein bisschen Platz, haben wir noch. 98. 96. 96. Das, äh, ja. Oh, die sind auch schwer. Mal hier, Tierhäute. Das sind ja keine automatische Sortierfunktion. Nach Name, nach Gewicht. Ah, ah, dankeschön. Ah, okay. Das hilft mir weiter. Okay, du bist eigentlich nicht süß, du bist dick und schwer. Ja, ich habe fettes Fohlen. Ich habe kein süßes, kleines, knuffeliges. Das hat ganz, ganz weiche Nüster. Also, die Schnauze und die Nase, ne? Hm. Aber das, ich habe einfach nur ein fettes Fohlen. Eine Kugel mit vier Beinen dran und Hufen und Kopf. Okay. Das ist auch so ein schicker Turm da oben drauf. Sieht man, na doch, man sieht ihn relativ gut. Das ist ultra diesig gerade geworden in diesem Spiel hier. Ah. Ach, da, da sehe ich die Sichel. Ich habe sie gerade kurz hinter dem Stein vorlucken gesehen von der Statue des Wächters. Okay, da muss ich hin. Ich habe mich nie groß für Conan Exiles die ersten Sachen interessiert. Geht wahrscheinlich. Die ersten Sachen, die ich damals davon sah, waren eher strange. Also, Conan Exiles, ja, habe ich auch nie wirklich dann gespielt, weil ich eher so verwöhnt war oder verwöhnt. mir hat es dann damals Age of Conan angetan. Das habe ich sehr gern gespielt. Es war aber komplett anders. Also, Age of Conan war was völlig anderes. Du hast zwar auch so eine Figur und ja, es war ein Barbaren und du bist eher mehr so ein Krieger gewesen oder eine Art Assassine oder so ein Ich weiß nicht mehr, wie die Klasse hieß. Die hat mein damaliger Freund gespielt. Der war eher der der hat sich irgendwie hochgeheilt, wenn er was getötet hat. Interessiert, ja. Ich habe einfach mal einfach mal den Satz vollendet. Und als dann so die Server geschlossen wurden und das Spiel gab es dann in dem Sinne nicht mehr, dachte ich mir, okay, ja, das ist halt schade. Dann spielt es halt kein Age of Conan mehr. Ich hätte dann irgendwie auch so ein bisschen die Lust verloren, weil ich dann nur alleine durch die Gegend gezogen bin und das war dann auch nicht so meins. Und dann kam das hier. Das war ja, ist ja schon ein paar Jahre her und da war es so, oh ne, was ist das für kurzer Abklatsch? Versuchen sie es nochmal. Das wird sich nicht durchringen. Also es wird keinen Bestand haben und siehe da, Conan Exiles ist noch da. Ja. Habe ihn gesehen. Lauf! Es sieht stimmig aus. Ja, das tut es wirklich. Noch eins. Also bisher super. Macht mir wirklich Spaß. Ich habe aber auch noch nicht viel gesehen. Ich habe noch nicht viel gemacht. Ich bin noch am Anfang. Und ich finde, du solltest schon zu zweit oder zu dritt spielen, das macht deutlich mehr Gaudi. Genau, da ist die Statue des Wächters. Nee, das war falsch. Ich wollte was anderes drücken. Geronimo! Stimmt, hier links hinter dem Fels war ja auch eins. Ist es weg? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich habe immer noch die erloschene Fackel in der Hand, die noch ganz ein bisschen glimmt. Lässt die auch nicht los. Solange ich sie nicht in die Tasche stecke, ist das schon cool. Hält die die fest. Conan hat sich auch sehr entwickelt, als es rauskam. Und in einer Gruppe macht es immer Fun, das Spiel vor allem, wenn man nachts nichts sieht. Ja, ja, also mit Fackel geht das noch? Aber so, also manche Ecken, wenn du an Felsen bist oder so, das ist so stockfinster. Du siehst wirklich nichts, nichts. Ein bisschen was sehe ich. Ach, Schemen. Schemenhaft. Keine Ausdauer, okay. Aber trotz weiterschwimmen regeneriert sie die Ausdauer. Also ich könnte das nicht, wenn ich am Arsch wäre, würde ich einfach nur untergehen. Aber ich könnte mich nicht regenerieren, wenn ich ganz gechillt, na gut, gechillt nicht, während ich einfach weiterschwimme. So, ähm, da es hier keine Karte oder irgendwas gibt, muss kurz reingucken, aber nicht, wenn das Krokodil mir am Arsch hängt. Ist es ein Krokodil? Nein. Gut. Ähm, da zu Hause. Ja. Da stimme ich dir vollkommen zu. Wow, das ist cool, das stört mich immer bei hellen Nächten an anderen Spielen. Ja, also hier ist es wirklich stockfinster. Du siehst einfach gar nichts. Nee. Gott sei Dank wird es jetzt morgen. Nur der Mondschein ist ein bisschen surreal, weil hier ist kein... Ähm, ist das die Säuberung? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Kommt das da näher? Aber ist das bei uns? Das ist ein Event. Oh, krass. Okay. Ist das... Ist das Davy Jones sein Bad, den er gerade durch den Himmel hält, oder wie? Heftig. Aber man müsste dorthin laufen, oder was? Sieht man bestimmt nicht auf der Karte. Nee, nee. Weil ich sehe ja nicht genau, es ist irgendwo hier, aber wo genau, I don't know. Ich glaube, das würde ich eh nicht schaffen. Und schon gar nicht alleine. Ich gehe einfach mal ins Haus, als hätte ich nichts gesehen. So, Tür zu. Perfekt. Habe ich hier noch irgendwas drin? Die sollten etwas herausfordernd sein. Ich glaube, für mich nicht nur etwas. Was mache ich jetzt mit dem Fohlen? Lass ich das einfach im Haus rumlaufen? Hier noch Gammelfleisch. Steine. Das verdirbt doch auch auch gleich. Das kann ich auch schon mal weg schmeißen. Äh, ja. Also Pfeilsorten. Achso, das sind Eisenkopf? Rasiermesserpfeile. Knochen? Feuerstein. Genauso war meine Meinung zu Konen, als es herauskam, aber jetzt finde ich es echt interessant. Okay. Ich spiele heute gerade mal den zweiten Tag. Gestern habe ich angefangen, gestern Abend, und so, macht Torlaune. Hätte ich das noch? Nein, so ein Teil. habe ich die gerade da reingeschmissen? Ich hatte doch noch, ah, hier. Genau, die habe ich gerade gesucht. Pflanzen, Essen, Pilze, ich glaube, wir brauchen noch viel mehr Kisten, viel größere Kisten. Da sind noch mehr von diesen Krabbelkäfern. Dämonenblut haben wir auch nie wieder gefunden. Stahlfeuer, I don't know, was das ist. Davon haben wir noch ein paar Zähne, Edon, eine leere Glasflasche des Türkis, da sind noch Heilungstränke drin, die lasse ich auch mal drin. Ja, nee, hier ist noch das Zeug, das habe ich nicht. Mehr sehe ich nicht. Kies kann noch rein, ah, jetzt kann ich nicht mehr scrollen, okay, gut. Habe ich nicht irgendwo eine Teerkugel schon mal gehabt? Da, blind, blind Fisch. Wieder da, endlich wieder was vernünftiges gegessen. Aber jetzt pulsiert das ganz schön, ja, weil es gereizt wurde, ja, das bugert dann so rum. Vielleicht kannst es ja noch mal ein bisschen kühlen. Irgendwie bekomme ich jetzt auch Lust auf das Game. Ja, es sind zehn Plätze frei. Ich glaube, der Red Kali würde dich hier auch spielen lassen. Das musst du mit ihm ausmachen. Da habe ich keine Hand drüber. Größere Kisten müsstest du schon machen können. Ich glaube, ich kann sie sogar machen. Sammler. Schreibgut Fundament. Nee, das ist falsch. Das war falsch. Warte, ich muss diesen komischen Hammer an die Hand nehmen. Den da. Nee, ich lasse den mal in meiner Tasche. Da muss ich ihn in die Hand nehmen. Da muss ich 11 drücken und Gebäudeteile, Werkstätten, Dekoration, Lager. Nein, falsch. Großtruhe. Geformtes Holz, Eisenverstärkung. Geformtes Holz, weiß ich nicht, wie ich das mache. Aber das kriege ich gleich raus. Hier wahrscheinlich nicht. ein Zimmermann. Werk. Ich weiß gar nicht, ob wir das gebaut haben. Das weiß ich nicht. Ein Striegel. Ein Haufen Coins. Was für komisches Zweck kann ich hier bauen? Und was ist das? Achso. Und da war Werkzeug. Und das ist die Schmiede. Okay. Ich brauche eine Werkbank. Holz und Stein. Okay. Aber warte mal, Werkbank. Die haben wir nicht. Nicht, dass ich die jetzt schon, dass die schon da wäre. Holz und Stein. Ich baue einfach neben das Bett. So, hier. Wir müssen sowieso irgendwann wieder umbauen. Ist ja nicht mein Haus. Es ist nicht mal mein Haus. So. Ah ja. Geformtes Holz Holz. Isoliertes Holz. Diagonaler dekorativer Balken und vertikaler dekorativer Balken. Okay, das. Mach mal. Ich brauche eine Werkbank nur um vier bisher. Ja, vier Stück von irgendwas herzustellen. Mehr nicht. Also vier Arten Holzverarbeitung, die ich irgendwas herstelle. Das ist arg mau. Richtig mau. Okay. Ich brauche mal hier die ganzen Pflanzen rein. Vielleicht braucht die Red Kali später. Ich weiß es nicht. Ansonsten ich glaube wir können auch ein wegschmeißen. So. Dann habe ich hier noch Glas. Sowas. Das ist irgendwas Besonderes, was ich nirgendwo anders gesehen habe. Dann habe ich hier noch die Schüchen. Vielleicht mag die Red Kali später tragen oder er hat schon was Besseres. Ich habe hier noch eine Karte mit der ich nichts anfangen kann. Stahlwaren, Chetinen und Eisen packe ich noch in die Schmiede. Und Holz. Ein dekorativer Balken, also ein schickes Brett vorm Kopf. Ja. Genau. Wann noch was? Oh. Nein. Du darfst nichts aufteilen, wenn du in einer Werkbank bist. Danke. Das ist so fies. Okay. Das weiter basteln. So, das kann da vor sich hin brutzeln. Dann habe ich hier noch Felle. So was zum Beispiel. Kann das hergestellt werden? Ähm, so was. Okay. Zehn Stück. Vier. F. Dekoration. Lager. Große Kiste. Fünfzehn. Achso, dann brauche ich hier. Ah, die, ja, waren das. Mal zwei. Wie sieht's aus? Habe ich Hunger, Durst? Nein. Haben wir noch mein Pferd dabei? Ablegen. Ich habe Angst, wenn ich das ablege, dann ist das weg. Pferd. Ja. Ja, mein Pferd. Es gibt doch nur einen Brunnen. Der sich langsam mit Wasser füllt im Laufe der Zeit. Waffen, Rüstung, Religion. Religion, Rüstung, Waffen, Überleben. Das Leuchten. Gamekeeper. Gazelle, Antilope. Ah, geht ein Pferd als Gazelle durch? Das ist für Hasen. Artro. Ich weiß nicht. Nope. Ach Mann. Nee.